Umgang mit Ausländerfeindlichkeit anderer Ausländerfeindlichkeit ist leider ein Thema, das momentan gerade wichtig ist, das Jahr 2016, April. Und in Deutschland hat sich eine Ausländerfeindlichkeit in einer Minderheit breitgemacht, die ich vor einigen Jahren nicht für möglich gehalten hätte. Sogar in Yogakreisen meine ich manchmal Ausländerfeindlichkeit zu spüren, was eigentlich sehr paradox ist, denn Yoga ist eigentlich das zivilisationsübergreifende Mittel überhaupt. Die großen Yogameister von Swami Vivekananda über Swami Shivananda, Paramahamsa Yogananda haben immer wieder betont, die ganze Welt ist eine Gemeinschaft. Swami Vishnu hat sogar gesagt, überwinde alle Grenzen. Der Mensch ist so frei wie ein Vogel. Er ist viele Jahre mit einem Planet-Earth-Passport durch die Welt gefahren. Also er hat selbst einen Pass gemacht und da hieß Zugehörigkeit, also nicht Deutschland oder Kanada, war ja kanadischer Staatsbürger, sondern hat gesagt Erde und Geburtsland auch Erde. Und das Interessante war, das waren noch die 70er Jahre, 60er Jahre, 70er Jahre. Meistens ist er mit diesem Pass ausgekommen. Es gab sogar alle möglichen Grenzbeamte, die das ganz lustig fanden und dort sogar ein Visum reingestempelt haben. Natürlich, Swami Vishnu hatte noch den Zweitpass, den kanadischen Pass. Wenn der Planet-Earth-Passport nicht ausgereicht hat, hat er eben den kanadischen Pass genommen. In diesem Sinne ist es gut, sich bewusst zu machen, es gibt nicht wirklich Ausländer. Wir sind alle Inländer, die auf diesem Planeten Erde sind. Die Erde ist unsere Heimat. Und eine andere Ausdrucksweise könnte sagen, jeder ist auf dem größten Teil der Welt Ausländer. Wenn man in Deutschland lebt und Deutscher ist, mag man Inländer sein. Aber so wie du nach Frankreich kommst, in Urlaub fährst oder geschäftlich oder auch auswandern musst, bist du auch erstmal Ausländer in diesem Sinne. Da bist du froh, dass andere dir mit Freundlichkeit begegnen. Wenn jetzt ein anderer Mensch Ausländerfeindlichkeit äußert, wie gehst du damit um? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre, es einfach zu ignorieren. Du kannst nicht immer etwas sagen. Relativ häufig ist es gut, den Menschen darauf aufmerksam zu machen, was er dort gerade sagt. Manchmal kannst du sagen, in meiner Gegenwart möchte ich solche Bemerkungen nicht hören. Manchmal musst du einem Ausländer zur Seite stehen, wenn der gerade eine Beleidigung abbekommen hat. Es ist nicht so einfach. Und ich finde es einfach traurig, dass es immer noch und wieder stärker Ausländerfeindlichkeit in Deutschland gibt. In einem Land, das Menschen im 20. Jahrhundert so viel angetan hat, dass die Deutschen stattdessen freundlich sein sollten auf Generationen und dankbar sein sollten, dass andere sie wieder in die Völkergemeinschaft aufgenommen haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.